Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Mourinho L.M. Und heute spielen wir Autobahnpolizeisimulator 2. Und in der letzten Folge haben wir uns den Computerauswertungsraum gekauft. Und das Zivilfahrzeug hatten wir auch schon. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen runter in den Keller zu dieser netten Dame. Und quatschen mit der und mal sehen, was sie zu sagen hat. Damit wir endlich den Steinewerfer dingfest machen können. Oh, hallo. Es freut mich immer, wenn mich jemand hier unten besuchen kommt. Die Bilder der Autobahnkameras habe ich bereits ausgewertet. Gut. Dabei habe ich eine Regelmäßigkeit festgestellt. Das gesuchte Fahrzeug ist in den letzten Tagen immer in etwa der gleichen Zeit auf derselben Strecke gewesen. Gut. Ja, das ist ein guter Tipp. Wir nehmen das an und wir müssen jetzt die Zivilkleidung anziehen. Schnell in die Umkleide. Umziehen. Zivil. Ähm. Hans, du warst gerade noch in Uniform. Du bist ein Zauberer, was? Jetzt zeige ich dir auch gleich, dass du noch teleportieren kannst. Pass mal auf. Du standest eben noch beim Polizeiauto. Na ja, wie auch immer. Wir beamen uns mal kurz nach Schleckenstein. Und dann fahren wir zu dem Steinewerfer hoffentlich. Und werden den jetzt endlich mal festnehmen. Weil das ist nämlich unerhört, was der die immer macht. Fahrzeuge stehlen. Haben wir auch in der letzten Folge herbekommen, dass ein Fahrzeug gestohlen wurde. Und einfach Steine auf die Autobahn zu werfen. Das geht einfach gar nicht. So, dann fahren wir mal und wir... Ne, das wusste ich nicht. Okay. Da oben ist, glaube ich, schon die Brücke. Und jetzt werden wir ihn hoffentlich festnehmen können. Dieser Steinewerfer. Und Sprungschanze. Hier die Ausfahrt. So. Einmal rausfahren. Noch eine Sprungschanze. Wir müssen... Ich bin nicht wagen. Elf. Nein, nein, nein. Äh. So. Einmal abbiegen. Da ist die Brücke. Ist da der Steinewerfer? Ist er das? Das ist er. Oh Gott. Hauen Sie sofort auf. Ich glaube, ich muss Waffe ziehen. Ich habe die Waffe. Schieß. B, B, B. Warum fällst du denn hin? Warum ist er denn hingefallen? Okay. Wir haben noch einen Versuch. Waffe gezogen. Aus dem Nix. B, 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 B. Bleiben Sie stehen. Schieß doch. Sie sind verhaftet. Sie kommen mit uns zur Wache. Ja. Jetzt gibt es so lange Gefängnis. Bis wir sie rauslassen. Das. Sie werden... Sie sind verhaftet. Wieso? Und was ist mit dem Auto? Da sind auf jeden Fall keine Steine mehr. Kann ich da einsteigen? Nö. Nö. Kommen wir jetzt zur Wache. Der kommt jetzt erst mal ins Gefängnis. Das war jetzt aber. Ich habe mal wieder den Tag gerettet. Da sitzt er. Wer Kriminelle. Wir beamen uns. Jetzt weiß ich, warum sich Hans beamen kann. Er hat es gelernt, weil wir uns so oft beamen. Jetzt weiß ich es endlich. Danke, Hans. So. Du bleibst da jetzt erst mal, bis wir hier wieder wegkommen. Ich schenke dir aber die Freiheit. Komm. Renn. Renn. Du hast die Freiheit. Du hast Freiheit. Na, dann eben nicht. Bist jetzt dort erst mal 50 Jahre. Und ich ziehe mich mal wieder um. Ich will mich aber umziehen. Nicht verfügbar. Roland. Roland. Ich habe Neuigkeiten. Wir haben den Typen-Ding festgemacht. Großartige Arbeit. Der Fall hatte höchste Priorität und sie haben Resultate geliefert. Ja. Das war wirklich ein Meilenstein für uns. Ja. Wir werden noch nebenan. Leonie möchte sie sprechen. Und noch etwas. Wir werden bald den Meetingraum benötigen. Denn es steht eine Zusammenarbeit mit dem Zoll an. Mit Leonie sprechen. Nein, ich will mich erst mal umziehen. Wir sind doch hier bei der Polizei. Ich will mich umziehen. Warum ist das nicht verfügbar? Geben Sie bitte erst mal ein Wasser. Oder nee. Ich gehe jetzt erst mal in die Tagesschicht. So. Jetzt hole ich mir erst mal ein Wasser. Der Kühlschrank kann dich verschieben. Aber wenn ich gegen dich laufe, passiert nichts. Komisch. Da hinten ist sie. Leonie. Ja. 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 Das war ich. Ja. Das war ich. Ich habe ihn festgenommen. Mein Kollege ist nur im Auto gesessen und hat zugeguckt. Kann ich mich jetzt endlich umziehen? Ja. Endlich Uniform. Wir müssen nach oben. Okay. Und was wartet da auf uns? Wieder Bagger. Ach. Besprechungsraum. Brauchen wir da jetzt wieder so viele Einflusspunkte? Bitte. Ich muss ihn erst kaufen. Besprechung. Besprechung. 4.000. Nein. Ich habe erst 2.000. Okay. Dann gucke ich mich jetzt noch ein bisschen auf die Wache rum. Was gibt es denn hier? Was ist das? Bisschen Training. Ich beobachte mal die da unten. Nö. Das ist fein. So. Und ich würde sagen, das war es dann mit der Runde Autobahnpolizeisimulator 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mein Kanal könnt ihr auch kostenlos abonnieren, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.